Liebe YouTube-Freunde, der Bauerhausi ist am Holzschnitzelladen mit meinem Hecklader, den ich da immer im Einsatz habe, heute Kuckla. Ja, falsche Manipulation, Schaufel hat angestellt. Ähm, ja, jetzt habe ich da den Hecklader am Vent montiert. Und das ist einfach, ja, gewaltig der Unterschied, wenn ich da mit den Sahnen fahre, muss ich da Kuppeln, Bremsen, zum Rückwärtsgang muss ich immer Kuppeln und Bremse drücken, dass ich fast überhaupt den Rückwärtsgang reinbringe. Und mit dem Vent, das ist immer die allererste Sahne. Man kann so fein dosiert fahren, äh, keine Bremse, keine Kupplung, nur am Hebel vorwärts-rückwärts schalten. Ja, lasst ja auch, dass er eine Anmerkung zum Fahren mit dem Vent. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, am Montagmorgen bekomme ich noch Dünger auf Paletten geliefert und darum habe ich auch da den Eckladen am Fenster montiert Ich werde da lieber die Schwere lassen und jetzt abladen, als da mit den Damen zu üben